Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Part von Smash for 3DS, bei Strichzucker, online, bei Heart of Heart, Smash! Okay, jetzt lasst mich hier, Spiele auf Heart-Modus, mit anderen Spielen auf den Ikaramodus-Versionen, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, oder so, sagt der die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, wie ich das sag, ich kann gerade oder so, was heißt, ich muss, halt die Städte, das heißt, die Städte ist, ähm, Fehlercode, cut, Fehlercode, cut, hast du gerade so schön gelaufen, oh, du hörst, oh man, dann machen wir das andere, TeamCamp, ich hoffe, das geht jetzt. Und dann, bis zum nächsten Part, und auf Wiedersehen. Ja. Wir bilden den Part. Ja. Zuck auf mit. Oh, ich bin mit Snorkelachs. 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 Okay, jetzt bin ich mal da unten. Wie steht das? Ich bin mal. Das ist ein. Ihr müsst euch sein. Das steht doch gar nichts von Team. Daria. Na? Ich bin der Einzige, der noch was losgelegt hat. Ich bin jetzt Daria. Das steht doch gar nichts von Team. Aber bist du Teamkampf? Oh. Das ist nicht mal geschaffen, ihn zu treffen. Bist du dein Teampartner? Was? Den oder das? Wir gehen jetzt jetzt. Dun dun dun. Das ist Zeit. 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 Das hat schon begonnen. 2. 1. Team. Ich bin mit Bursa. Alter. Der Scheiß mit Bämmer. Guck mal schon wieder. Die Snorkelachs ist ein Scheiß Bämmer. Warte. Warte. Warte Leg. Aber der kann mich gut mit Sellebeck umgehen. Warte Leg. Warte Leg. Also Leute. Sonst wie viel Feinheit? Was? Noch nichts. Also Teamkampf ist heute einfach alles gleich mit Teamkampf. also einfach mit ihm halt team von ich muss scheiße ist die attacke mal das ist ein spämer guck mal das machst du auch immer ja mal die die hammer attacke bei pitt und so die attacke die mache ich manchmal manchmal ja die habe ich gemacht um ich darf doch wohl im modus wo ich einzeln spiel ich hab das meck total was machen die mails letztlich das gesicht immer und ne das denkt gerade so arg es muss das wieder mal bei irgendjemand läuft internet scheiße aber bei wem ich werde hier bei die sims ohne dass man sagt kai ok komm runter hält du scheiß bämmer Gott. Nein, nein. Ich hab nur 60% überlegt. Richtig geil. Das Märchen. Oh, wir haben den Piloten. Hä? Was ist denn den Piloten? Ja, schon gleich mal die Lärchen fliegt. Oh, ne, das war die Tochter. Alter, okay. Sehr gut. Oh. Hey. Lass mal nicht, du... Ochs. Ja, jetzt hab ich schon dafür getötet, Alter. Lass ja nur... Boah, denn jetzt habe ich verliegt. Ich will die Japaner sehen, die Spam hauptsache nicht, auch wenn die richtig gut sind. Ich will die Spam hauptsache nicht. Ich will mal probieren, wie ist ein anderes Modus. Hier wird eine Modus gezeigt, jetzt gehen wir zum Schwibbeldippel Modus. Ich glaube es gibt es. Wir probieren nochmal. Hart auf hart alle. Wir werden natürlich öfters hart auf hart geworden machen. Nein, nicht einmal, nie wieder. Was? Wie ist los? Ich will den Modus probieren, ob er geht. Und wieder kurz. Nein! Hier werden wir mal... Dr. Mario! Und der Zufall? Ich weiß nicht, wer ich bin. Peach! Nein! Ist die gut? Boah, die Schombie? Loli kann einfach so ein Messer! Hey, du Fotze! Was sagst du dir selbst? Boah, was kann ich für ein Trick? Boah, nein! Ist doch alle okay, können wir mal beginnen. Hör auf damit! Boah, das ist geil! Boah! Jetzt geht's los mit Super Smash Bros! Das ist vor 3DS! Das ist vor 3DS! Das ist vor 3DS! Das passt irgendwie nicht. Ja, vor 3DS sogar. Ich kann eigentlich... Ich kann auch... Leck! 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 Scheiße! Scheiße! Hallo! Und was ist denn da unten? Ihr habt grade nix gesehen, alles privat! Ihr habt nix gesehen! Ehrlich? Natürlich. Ehrlich? War alles privat? Nein. Okay. Als ob das Smash-Screen so privat ist. Doch, das ist privat. Wenn es das nicht geht, dann müssen wir uns ja Internetverdrucken kurz. Oder einfach geplänkelt. Oh nein, das geht ja nicht. Du bist so hässlich. Das wird nicht wahr. Ich weine gleich. Und abbrechen nochmal rein. Und bis dahin, Katja. Hallo Leute, es geht irgendwie nicht mehr. Deswegen beenden wir jetzt den Part früher. Wenn es euch gefallen hat, positiv werden und abonnieren. Wenn nicht, dann nicht. Und im nächsten Part machen wir dann einen nicht-Online-Modus. Single-Modus. Ja, also tschüss!